Ja, herzlich willkommen! Ja, wie fängt man so einen Podcast an? Das ist schon die erste Frage, die ich mir gerade stelle. Weil ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen und das ist jetzt so die erste Folge von meinem Podcast Schokolade für die Seele. Ja, wie startet man sowas, ne? Herzlich willkommen! Schön, dass du da bist. Wie fängt man sonst so eine Rede an? Gute Frage, ne? Ja, so, also, ich finde, jeder neue Podcast muss holprig starten, genauso wie die Begrüßung von mir war. Mein Name ist Björn Katilatu. Einige, die das jetzt sehen oder hören, kennen mich bereits. Einige denken sich so, bin ich im falschen Film oder was? Wer bist denn du? Und warum Schokolade für die Seele? Und warum noch ein Podcast? Ganz ehrlich, also ich habe mir lange Zeit überlegt, machst du einen Podcast, machst du keinen Podcast? Und, ähm, also schon vor zwei, drei Jahren oder so. Ähm, und ich dachte damals, wer hört eigentlich Podcasts oder so? Und dann habe ich angefangen, mich damit ein bisschen zu beschäftigen. Und vor allen Dingen, ich wollte so einen Podcast, ich habe einen Podcast gesucht, den ich so höre. Und wo ich danach einfach glücklicher bin. Ähm, und da habe ich geschaut und geschaut. Aber es gab keinen. Es gab keinen. Es gibt ganz, ganz viele tolle Podcasts da draußen. Also einen lieben Gruß an alle Podcast-Kreatöre. Und, äh, also wirklich, es gibt ja für jeden Bereich mittlerweile einen Podcast. Aber es gab nicht diesen Podcast, wo ich gesagt habe, so, boah, ich schaue den oder ich höre den. Und, ähm, danach bin ich glücklicher als vorher. Habe ein bisschen gelacht bei einigen. Bei einigen habe ich viel gelernt. Ähm, ja, bei einigen habe ich abgeschaltet auch, muss ich ehrlich sagen. Aber, ähm, es war nie so einer dabei, äh, wo ich dachte mir so, boah, jetzt bin ich aber happy. Und da habe ich mir überlegt, mit meinen Jungs und Mädels im Team, ähm, dann lass uns doch selber so einen Podcast erstellen. Ja, lass uns doch auch mal so einen Podcast machen, den Menschen hören, den du jetzt gerade hörst zum Beispiel. Und, ähm, unser Ziel ist ganz simpel, ja. Unser Ziel ist einfach, dass jeder, der das jetzt hört oder sieht, am Ende ein Stückchen glücklicher ist als vorher. Ja, oder viel glücklicher, je nachdem, ne. Ähm, am besten viel glücklicher. Das wäre, also wirklich, das wäre, das wäre toll, das wäre top. Und das war sozusagen die erste, äh, die Grundidee für, für den Podcast. Also das war sozusagen der Start. Okay, Podcast. Ähm, der Podcast heißt Schokolade für die Seele. Hier steht noch der alte Podcast-Titel drauf. Äh, hier ist übrigens das, das ganz, ganz geheime Skript für die erste Folge. Ja, das ist ja sozusagen hier, das ist ja, nee, die zweite Folge. Das ist ja die erste Folge, in der ersten Folge, also heute möchte ich nur ein bisschen erklären, so wer ich bin, warum ich das mache, äh, was dich erwartet hier bei dem Podcast, warum du auf jeden Fall diesen Podcast hören solltest oder sehen solltest. Ähm, und, ja. Das Schöne auch ist, irgendwie merke ich gerade, es ist ja alles so ungeschnitten, das ist auch geil. Weil, ähm, ja, es ist geil, es ist gut. Und, da muss man nämlich einfach weiterreden. Und ihr lernt mich viel, viel besser kennen, äh, und, äh, für mich ist es auch wunderschön einfach, einfach zu quatschen. Das ist das, was ich eher am liebsten mache. Und, genau, und hier steht auf dem, auf dem Skript, der, das vor mir liegt, steht quasi der, der erste Titel drauf, unsere erste Idee, und zwar Glück ist in der Leicht, sollte der Podcast erst heißen. Glück ist in der Leicht, nicht kinderleicht, sondern in der Leicht. Genau, und die, die mich jetzt nur hören und nicht sehen, äh, denen darf ich sagen, dass ich ein bisschen stärker pigmentiert bin, und meine Eltern aus Indien kommen, und deswegen sollte der heißen, Glück ist in der Leicht. Ja, ich weiß nicht, ob das so witzig ist, oder nicht, auf jeden Fall, ähm, hab ich den jetzt, äh, doch nicht so genannt, oder wir, wir haben ihn jetzt einfach genannt, Schokolade für die Seele. Warum? Jeder mag Schokolade, fast jeder mag, eigentlich mag jeder Schokolade, oder ich weiß nicht. Also, ich kenne keinen, der Schokolade nicht mag. Ähm, und für die Seele, ja. Es soll einfach, wie gesagt, Spaß machen, es soll, die Seele soll hüpfen, ähm, du sollst einfach strahlen von innen, auch natürlich ein, zwei, drei Tipps mitnehmen für dich, für deinen Alltag, äh, die dich glücklicher machen, die vielleicht mehr, zu mehr Selbstliebe führen, oder, ähm, die dich dazu bringen, vielleicht bessere Beziehungen zu führen, vielleicht so, vielleicht auch so ein bisschen besser zu kommunizieren, mit dir selbst und mit anderen, ähm, vielleicht auch die Menschen in dein Leben zu ziehen, die du, die, die dich weiter voranbringen, die dir an deine Träume glauben, ähm, ja. Und dafür ist Schokolade für die Seele gedacht, dass du einfach wirklich, äh, mit dem Strahlen hier rausgehst, dass du, äh, auch ein, zwei, drei Sachen anwendest in deinem Alltag und, äh, einfach Spaß hast. Das ist das Allerwichtigste, Spaß zu haben, weil ich glaube ja, das Leben ist ein Spiel. Es gab auch mal so ein Lied von, äh, Happe Kerkeling. Das ganze Leben ist, ein Quiz hat er gesagt. Ah, und wir sind nur die Kandidaten. Ja, aber für mich ist das Leben ein Spiel und, äh, und zwar ein Spiel, das man nicht gewinnen kann, sondern nur bestmöglich, ähm, spielen kann. Ja, so sehe ich das Leben seit vielen, vielen Jahren, ähm, aber immer, immer mehr und, äh, ja, seitdem ich das so sehe, das Leben, macht es auch ein bisschen mehr Spaß. Ja, Glück ist inner leicht, ist also nicht geworden, heißt jetzt Schokolade für die Seele und, genau, die Leute, die mich noch nicht kennen oder die mich jetzt nicht sehen und nicht wissen, wie ich aussehe, wie gesagt, mein Name ist Björn Katilatu und ich, meine Eltern kommen aus Indien. Ja, ich bin hier geboren, ich bin mitten hier im Ruhrgebiet geboren, in Hagen, im wunderschönen Hagen. Die, die es kennen, denken sich so, mhm, und die, die es nicht kennen, denken sich so, mhm, aber ich, das ist ja immer so, oder wenn du irgendwo geboren bist, dann, äh, ist es einfach Heimat und für mich ist, für mich ist Deutschland Heimat, für mich sind, äh, sind meine Wurzeln in Indien und da ist auch irgendwo immer so ein bisschen Heimat gewesen für mich, ähm, aber das ist, also nach ein paar Wochen in Indien, dann freue ich mich auf meine Heimat, wirklich, also Deutschland, ich, ich freue mich über, auch über, über Kälte, ich freue mich über Schnee, ich freue mich über Regen, ähm, eigentlich freue ich mich generell sehr oft, das fällt mir auf, ich freue mich generell sehr oft, ähm, äh, meine Eltern sind immer vor, äh, 40 Jahren mittlerweile aus Indien nach Deutschland gekommen, ich stelle mich mal kurz vor, ja, meine Mama hat immer gesagt, Björn, stell dich erstmal vor, bevor du anfängst zu quatschen, und, ähm, das mache ich jetzt mal, um so, dass, dass, dass du mal so ein bisschen weißt, äh, wer ist der Host dieses Podcasts? Äh, vor 40 Jahren sind meine Eltern aus Indien gekommen, da gab es hier im, im Ruhrgebiet so einen Pflegenotstand, und dann kam meine Mutter als 17-jährige Krankenschwester aus Indien nach Deutschland, 17 Jahre, boah, also als ich 17 war, da hätte ich, glaube ich, nicht so viel Mut gehabt und, äh, irgendwie, äh, Freunde, Familie, alles Bekannte hinter sich zu lassen und einfach in so ein fremdes Land zu gehen, fremde Kultur, fremdes Essen, du kennst niemanden und, äh, ja, meine Mutter ist mit 17 nach Indien nach Deutschland gekommen und, äh, wie das damals so war, ähm, war der Plan erstmal so, ja, ich bleibe mal so ein, zwei Jahre hier in Deutschland und, äh, dann gehen wir wieder zurück nach Indien und dann kam mein Vater auch irgendwann nach Deutschland und dann war der Plan, okay, wir bleiben ein, zwei Jahre in Deutschland, dann gehen wir wieder zurück nach Indien und, äh, ja, das ging immer so weiter, bis, und jetzt sind es halb 40 Jahre, ne, und, äh, ja, meine Eltern haben wirklich, also mir damals auch gesagt, also die haben, also mein Bruder ist geboren, drei Jahre vor mir, drei Jahre älter als ich und, ähm, dann haben sie echt gesagt, oh, komm, lass uns mal vielleicht erstmal in den Kindergarten gehen, ach, vielleicht die Schule und so und, äh, was meine Eltern wirklich krass fanden damals schon hier in Deutschland, dass jeder hier die Chance hat auf, auf Bildung, ne, dass man einfach so wirklich einfach das machen kann, wenn man fleißig ist, dass man, wenn man wirklich sich hinsetzt und lernt und, äh, das ist in Indien halt nicht so, ne, da, da wird halt der, der Sohn des Richters wird Richter, der Sohn des Arztes wird Arzt, ähm, und wenn du da irgendwie Abi machen willst oder so, da musst du da wirklich viel, viel Geld auf den Tisch legen, Geld, was meine Eltern nicht hatten und, äh, und die dachten sich so, krass, wenn, wenn die Jungs, irgendwann kam ich auch noch auf die Welt, wenn die Jungs, äh, sich Mühe geben und wirklich fleißig sind, dann, äh, können die Abi machen, dann können sie irgendwann mal einen eigenen Podcast haben, das haben sie vielleicht gedacht, das haben wir halt nicht gedacht, ähm, ja, und so, so, so war die, äh, Geschichte, also warum ich hier bin eigentlich und warum ich diese wunderschöne Sprache spreche, Deutsch, ja, ich hoffe, meine Eltern hören auch den Podcast irgendwann, das wäre geil, ich hoffe, ich hoffe sehr, ja, ja, weil die wissen noch nicht so genau, was ich mache und da sind wir aber schon eigentlich beim Thema, was mache ich eigentlich oder, äh, wieso mache ich das, was ich mache mittlerweile, weil eigentlich habe ich so, ähm, ja, bin zur Schule gegangen, war jetzt, äh, nicht der beste Schüler und nicht der schlechteste Schüler und, ähm, habe dann irgendwie Abitur gemacht und nach dem Abi habe ich Zivildienst gemacht im Altersheim, das war auch für mich mega schön einfach, also eine wunderschöne Erfahrung und hat mich auch sehr geprägt und danach stand irgendwie so ein Studium im Raum und mein Vater hat mir ja die Chance gelassen, auszuwählen, entweder du wirst ein Ingenieur oder du wirst ein Arzt, ja, die beiden Chancen hast du in Indien, ne, weil Ingenieure und Ärzte waren so in Indien wirklich so die, die, die krassesten, äh, Typen und Frauen und, ähm, deswegen, also für meinen Vater war das klar, der meinte, okay, Arzt oder Ingenieur, Arzt oder Ingenieur und ich so, äh, okay, dann Ingenieur, äh, das war so, ähm, ähm, das war so diese, die Entscheidung, die ich getroffen habe, weil, ich wusste auch gar nicht, was das ist damals, ne, so, keine Ahnung, Ingenieur, hört sich gut an, ja, hört sich gut an, äh, und fertig. Und damals habe ich noch so einen Glaubenssatz gehabt, den haben noch viele, viele Menschen immer noch, und zwar, äh, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Also ich dachte, es muss keinen Spaß machen, was ich tue. Das Studium muss nicht Spaß machen, die Arbeit muss keinen Spaß machen. Das Leben, das beginnt nach der Arbeit. Das Leben, das beginnt, also ich habe es echt so im Kopf getrennt. Und deswegen habe ich mich auch nie gewundert, warum irgendwie, äh, das Studium keinen Spaß macht, ne, oder warum ich nicht richtig glücklich bin, oder voll abgehe, oder warum ich nicht in meiner Freizeit genau diese Bücher lese, die ich im Studium, äh, lesen musste, gezwungenermaßen. Habe ich, habe ich mich nie gefragt, ja. Ich habe gesagt, okay, ich will Ingenieur werden und fertig. Und, äh, mein Vater, der hatte echt, äh, der hat auch vorher schon so ein, so ein Studienbuch gekauft, wo die ganzen Studiengänge drin standen, und dann hat er sozusagen schon mit einem Textmarker markiert, äh, welche Ingenieure es gibt. Das weiß ich noch. Da stand irgendwie so Bauingenieur, Wirtschaftsingenieur, äh, Maschinenbauingenieur, äh, was gab es da noch? Irgendwie noch andere Ingenieure. Und, ähm, da habe ich so gelesen, Wirtschaftsingenieur. Und damals mit 18 oder 19 oder so, dachte ich mir so, äh, ja, Wirtschaft ist immer gut, ne? So, Wirtschaft ist gut, ja, Wirtschaft. Und dann habe ich einfach mich für Wirtschaftsingenieurswissensstudie, äh, für das Studium entschieden. Habe ich an einer TU in Dortmund gemacht. Äh, auf Diplom damals noch. Und ich habe es ja auch gepackt, ne? Ich habe es gepackt, aber, wie gesagt, weil ich auch dachte so, ja, ich muss einfach irgendwie durchziehen. Ich muss durchziehen, so, dann sind meine Eltern froh, dann habe ich das gemacht, so, ne? Ne, dann ist meine, meine Arbeit getan. Und, wie gesagt, die Sachen, die ich liebe, die mache ich danach. Ne, erster falscher Glaubenssatz von mir schon gewesen. Und, ähm, aber dann habe ich dann natürlich während des Studiums auch so Praktika gemacht an verschiedenen Firmen und so. Äh, da habe ich irgendwie, äh, war ich in der, in der Gießerei, in der Schweißerei, beim CNC-Fräsen und so. Und ich dachte mir, was machst du da, ne? Also nichts gegen diese ganzen Sachen und gegen die Leute, die das lieben. Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass es so viele Menschen gibt da draußen, die das lieben. Und mit Leidenschaft tun. Ähm, aber für mich war es einfach nichts, ne? Und ich habe mich immer mehr und mehr, habe ich so gezweifelt und dachte mir so, was machst du da eigentlich? Was machst du hier eigentlich? Ähm, ja, aber da war ich irgendwie beim, ähm, aber da gab es so ein Hauptpraktikum. Ja, im Studium. Das war so irgendwie, äh, jetzt ein halbes Jahr irgendwo Praktikum machen. Und da habe ich mich so anstecken lassen von dieser Euphorie meiner Mitstudenten, ähm, die dann so gesagt haben, Boah, ich muss da und da hin, ich muss zu den größten Unternehmen, oh, ich muss zu Porsche, ich muss zu Puma, ich muss zu, äh, Mercedes, oh, geil. Und ich dachte auch so, oh, shit, shit, ich muss auch irgendwo hin. Ich muss, äh, boah, ich brauche große Firma, großen Namen. Und da habe ich, ähm, mich bei Volkswagen beworben. Also ich habe viele, viele Absagen bekommen. Aber mich habe ich mich bei, bei Volkswagen beworben. Und, ähm, dann, äh, war ich so happy, dass sie mich genommen haben. Ich weiß noch ganz genau, wo ich stand und dieses Telefoninterview geführt habe, ähm, mit dem damaligen, äh, Leiter da, also Abteilungsleiter, der mich eingestellt hat. Ich weiß noch ganz genau, auf dem Rasen, wo ich stand. Und ich habe da so voll mich ins Zeug gelegt, so lalalalalala, so richtig ab, äh, richtig Gas gegeben im Vorstellungsgespräch am Telefon. Und dann meinte er so, ja, du hast den Job oder sie haben den Job. Und ich so, geil. Ich so, hammer, ich habe mich so gefreut. Ich so, ja, ich gehe jetzt so nach Wolfsburg und so. Und, ähm, dann kam ich da an und dann war ich halt wieder ernüchtert, ne, weil ich dachte so, das ist nicht dein Ding so, ne. Das ist nicht dein Leben, Björn, das, das bist du gar nicht. Und vielleicht kennst du das auch, ne, du bist, irgendwie fühlst du dich am Fehlernplatz. Und denkst dir so, wieso fühlen sich alle hier so wohl? Und wieso fühlst du dich so fehlernplatz? Und woran liegt's jetzt? Bist du irgendwie, stimmt was nicht mit dir? Musst du dich eigentlich wohlfühlen? Oder dauert es einfach ein paar Jahre, bis du dich wohlfühlst? Oder muss das so sein im Leben, dass du dich irgendwie, äh, an etwas gewöhnen musst, bevor du irgendwie Leidenschaft entfachst? Keine Ahnung. Also Fragen über Fragen auf jeden Fall. Und, ähm, aber das hat sich so rauskristallisiert, auch, auch in, äh, in Wolfsburg. Äh, das ist nicht so mein Leben, ne. Das war nicht das, was ich machen wollte. Ähm, ja. Ja, da hat zum Glück meinen Professor angerufen, aus Dortmunder Zeiten. Professor Peter Witt, der beste Mann. Hammer, Hammertyp, wirklich. Ich bin mir sicher, er wird das hier sehen oder hören. Und, äh, der hat damals den Lehrstuhl gehabt für Gründungsmanagement. Und, äh, hab mich dann gefragt, ja, ähm, du hast doch bei uns auch damals die, äh, willst du bei uns eine Diplomarbeit schreiben? Dann hab ich das gemacht. Dann meinte er, willst du bei uns promovieren? Dann meinte ich, ja, was heißt das, promovieren? Ja, Doktorarbeit schreiben. Ich so, ja, okay, können wir machen. Ähm, welchen Bereich? Ja, so Kundenpsychologie vielleicht oder so. Dann hab ich das gemacht. Dann hab ich aber, bin ich mit dem Professor gewechselt an die Bergische Uni Wuppertal. Hab dann da promoviert im Bereich Kundenpsychologie. Also ganz grob gesagt, was macht Kunden glücklich? Was begeistert die? Ähm, und im Prinzip sind es ja immer ähnliche Mechanismen, ne? Also wenn du weißt, was ein Kunden begeistert, dann weißt du auch, was ein Mitarbeiter begeistert. Dann weißt du auch, was dein Nachbarn begeistert. Dann weißt du auch irgendwie, was vielleicht Freunde begeistert oder Bekannte begeistert. Ähm, weil Menschen ticken ja immer sehr, sehr ähnlich. Und, äh, das war sehr, sehr schön. Hat auch Spaß gemacht, auch zu unterrichten. Und, ähm, aber auch schon so Ende der Doktorarbeit hab ich gemerkt, okay, was machst du jetzt eigentlich? So, lange Herleitung. Ich hätte aber erzählen können, warum ich überhaupt so heiße. Warum ich überhaupt Björn heiße, ne? Also Björn, ähm, das fragen mich auch viele. Warum heißt du eigentlich, ist das dein richtiger Name, ist das ein Künstlername Björn? Ähm, das ist mein richtiger Name. Und, äh, und zwar soll ich eigentlich Björn heißen. Meine Eltern kamen nach Deutschland und fanden den Namen Björn so cool. Ähm, und dann wollten die mich so nennen, als meine Mutter schwanger war mit mir. Und haben meine Eltern meine Oma angerufen, ja, meine, also die Mutter. Von, von meinem Vater. Und haben gesagt, ja, wir kriegen bald einen Sohn und Mann, wir wollen den Björn nennen. Und dann, aber in Indien gibt's keine Buchstaben mit Umlaut, ja, keine Ös und Üs und S. Weiß wahrscheinlich, wer das denn Umlaut ist. Und dann meinte meine Oma so, ja, Björn. Und dann meinten die so, nein, 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 Björn. Björn wollen wir den nennen. Björn. 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 Und, ähm, das ging dann tagelang so, nein, das ging hin und her so ein bisschen. Und dann haben meine Eltern gedacht, okay, ähm, es wäre schon ganz cool, wenn die Großmutter oder die Leute aus Indien den Jungen auch aussprechen könnten. Deswegen nennen wir den mal Björn. Ja, und dann haben meine Eltern quasi so, äh, den Namen Björn erfunden. Ja, ist wirklich ein erfundener Name. Und, ja, finde ich, finde ich ganz süß eigentlich. Finde ich schön. Schöne Geschichte. Ähm, ich muss jetzt an meine, an so eine Autogrammstunde denken letztens. Äh, da kamen nämlich so Fans, also ich habe so ein, auch ein Buch geschrieben über das Glück. Über einen Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkt. Und dann war so eine Signierstunde und dann kamen wirklich so Fans mit ihrem Baby. Und dann sollte ich quasi das Buch signieren fürs Baby. Und dann habe ich gefragt, so, okay, für wen soll ich signieren? Eine deutsche Familie war das. Ähm, ja, für Björn. Ich so, ja, ja, nee, wie der Junge, wie der Sohn nochmal heißt. Ja, Björn. Ich so, ja, ähm. Ich so, hä, wie Björn? Ja, der heißt Björn. Ich so, okay, wie schreibt man das? Ja, wie man halt deinen Namen schreibt. Ich so, der heißt Björn? Und das war so krass, ne? Ich hatte so Gänsehaut. Und, ähm, ja, die haben also wirklich als die junge Mama, wenn ihr mich jetzt seht und hört, schöne Grüße. Ich glaube, in Ingolstadt haben wir uns gesehen, in der Buchhandlung. Ähm, genau, die war schwanger mit ihrem kleinen Björn. Ähm, und dann haben die immer meine Videos geschaut. Und dann haben die gesagt, ja, ey, der hat uns so geholfen. Der hat uns so viel Freude bereitet mit seinen Videos. Wir nennen unseren Sohn und Mann auch Björn. Und dann habe ich zum ersten Mal ein Autogramm geschrieben für Björn von Björn. Das war krass, ey. Jetzt gibt es noch einen Björn. Hammer. Hammer. Echt. Also, krass. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann gefragt nach dem, äh, oder während schon der Doktorarbeit, okay, wie kannst du, was machst du danach? Und ich konnte nicht so viel, aber ich konnte einige Sachen gut. Und zwar war ich immer gut darin, eigentlich mich, also ich war sehr empathisch. Ich konnte mich gut ausdrücken und, ähm, hab immer Spaß daran gehabt, Menschen glücklich zu machen. Also schon als kleiner Junge. Ja, ich hab immer sehr, sehr viel Mitgefühl gehabt. Hab mich immer sehr gut in Menschen hineinversetzen können. Ich konnte gut zuhören. Ähm, ich konnte gut, glaube ich, so Menschen fühlen. Ich konnte Menschen so ein bisschen was mit auf den Weg geben. Auch praktische Dinge, die sie einfach anwenden konnten im Leben. Das war immer schon so in mein, das war mir so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Aber es machte mir auch extrem viel Spaß, ja. Also, mir macht es Spaß, wenn Leute so strahlen und mit Menschen glücklich sind und so. Aber ich wusste natürlich nicht, was machst du, äh, was machst du damit? So, ne. Ich kann nicht irgendwie jetzt so durch die Weltgeschichte laufen und irgendwie, ähm, ja, versuchen, alle Menschen glücklich zu machen. Hätte ich auch machen können, aber wäre schwer geworden. Also wäre ein langer Weg gewesen. Ähm, deswegen. Ja, ich merke gerade. Also hinter der Kamera steht gerade David. Hallo, David. Ich habe einen Fehler gemacht, David. Ich habe die ganze Zeit immer, also ich gucke immer wieder zu oft, glaube ich, in diesen Monitor rein. Ich sehe mich selbst die ganze Zeit. Egal, ich muss da unten reinschauen, in die Kamera. Ja. Ja, ja. So ist das. Ähm, ja, da haben wir uns überlegt, ne, damals, David. Wie machen wir das? Also, wie können wir Menschen glücklich machen? Und, ähm, da haben wir, da wir kein Geld hatten oder irgendwie jetzt, äh, nicht wussten, wie man irgendwie jetzt, äh, viele Menschen erreicht? Oder überhaupt, überhaupt Menschen erreicht? Haben wir uns gedacht, okay, jeder hat ja so ein Smartphone in der Tasche. Ähm, also müssen wir einfach vielleicht einfach gute Videos produzieren und die auf Facebook oder YouTube oder Instagram hochladen. Und, ähm, wenn die wirklich gut sind und von Herzen kommen, dann müssten die eigentlich viele Menschen erreichen. So, das war der Grundgedanke davon. Macht ja auch Sinn, ne, also, ne, jeder hat so ein Handy dabei. Und wenn du gut bist, dann müsstest du eigentlich die Menschen, müssten Menschen das eigentlich sich anschauen. Und wenn es echt gut ist und denen das vielleicht geholfen hat, dieses kurze Video, dann werden sie es weiterschicken vielleicht an Freunde oder zumindest darüber sprechen oder, oder, oder. Ähm, also das war sozusagen die ganz, ganz grundlegende Überlegung von uns. Und, ähm, ja, dann haben wir angefangen, Videos zu machen und haben die immer so ein bisschen, äh, ja, natürlich ohne, ohne großartige Resonanz, ne, also kaum Menschen erreicht. Äh, ich weiß noch, auf Facebook hatte ich damals irgendwie so 100 Likes oder so, also 100 Fans auf der Fanseite. Und, ähm, hat sogar, mein Bruder hat sogar nicht die Fanseite geliked. Dann meinte ich so, was ist los mit dir, du bist mein Bruder, like mal meine Fanseite. Dann meinte er so, nee, dann denken die, ich hab ein Problem. Dann sag ich mir so, ja, du, ja, hast du doch. Ähm, es war nicht einfach, ja. Auch Freunde, also echt enge Freunde, die haben so gesagt, ja, das Thema, wie jetzt, warum machst du so Videos, warum Motivation, warum Inspiration, warum willst du Menschen was, also warum, was verstehen wir nicht. Und die haben sich echt teilweise geschämt, die Seite zu liken, weil sie gedacht haben, so, boah, nee, dann denken wir, dass Menschen sehen, also, dass ich quasi eine Seite geliked habe, wenn das Menschen sehen, dann denken die, ich hab ein Problem. Nee, weil das Thema vor drei Jahren ungefähr, war das noch gar nicht so präsent, das Thema. Und, ähm, ja, auch die Menschen waren gar nicht offen dafür. Also wirklich, damals war wirklich ständig so diese Frage, warum machst du das? Und ich kann das nicht öffentlich liken und so, weil dann denken die Menschen, ich hab ein Problem und so. Das war echt komisch. Weil ich dachte so, es ist doch eigentlich, ne, es gibt, wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du zum Zahnarzt und wenn du irgendwie, ähm, wenn es dir nicht gut geht, dann gehst du irgendwie zum Psychologen, ne. Oder wenn du irgendwie Beinschmerzen hast, gehst du zum Orthopäden. Also das ist nichts Schlimmes eigentlich, ne, aber in, in Deutschland war das und ist es teilweise immer noch so ein bisschen verpönt, wenn man irgendwie über irgendwas spricht, was, äh, was das Herz angeht, was die Seele angeht, was Glück angeht, was Motivation angeht, Inspiration angeht, ähm, dann ist man irgendwie immer in so einer, in so einer komischen Schublade. So irgendwie, ah, nee, das ist mir, das ist mir zu spirituell. Oder, das ist ja so esoterik, ah, und solche Geschichten halt irgendwie. Also sehr, sehr viele Vorurteile gab es damals. Gibt es teilweise immer noch. Ähm, aber, ja, nichtsdestotrotz, ja, ich hab irgendwas in mir, so eine Stimme in mir halt gesagt, weil du musst das machen. Ja, vielleicht kennst du das auch. Und dass irgendwie so eine Stimme in dir sagt, du musst das einfach machen. So, komme, was wolle. Und das war, das ist auch so die größte, ähm, die größte Kraft weiterzumachen immer. Ne, weil die nächsten Jahre, das kannst du dir ja vorstellen, war es nicht so leicht. Ne, man hat immer so echt, äh, du verdienst ja kein Geld irgendwie und gibst ja nur Geld aus und du weißt gar nicht, wofür du es machst und ob überhaupt jemand mal irgendwie Menschen erreichen wird oder ob überhaupt Leute irgendwie dich wahrnehmen, vervollnehmen, was auch immer. Ähm, aber wenn das wirklich von Herzen kommt und wenn du es wirklich liebst, dann hilft dir das durch diese Täler hindurch, ja, oder durch diese schwierigen Zeiten hindurch. Also das Warum, dein großes Warum, ja. Es geht ja immer ums Warum. Warum machst du das? Ne, und wenn es irgendwie so Motivation, deine Motivation irgendwie Geld ist oder so oder, oder keine Ahnung was, Reichtum oder, weiß ja, Macht oder so, dann, äh, bin ich fest davon überzeugt, dass das dich nicht durch diese, ähm, ja, Zeiten bringt, wo du, ähm, ja, wo du zweifelst, wo du traurig bist, wo du irgendwie, ähm, nicht weiter weißt, wo es nicht, wo nichts passiert, wo Stillstand quasi einkehrt, äh, aber wenn dein Warum so groß ist, dann denkst du gar nicht darüber nach. Dann denkst du dir so weiter, 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 weitermachen. So, das muss ich machen, ich muss das machen. Ich muss aufstehen und das weitermachen. Ja, das waren die Anfänge. So, also, also Videos, ne, die einen glücklich machen sollen, gemacht, äh, Motivation, Inspiration, ähm, ich hab auch die ganz alten Videos, die ersten Videos hab ich alle online gelassen, ne, ähm, damit man auch mal ruhig runterscrollen kann und so sehen kann, wie das alles anfängt, ne, da hab ich noch irgendwie, auch noch, da war ich gar nicht ich selbst, ne, da hab ich jetzt, äh, hab ich einen Anzug teilweise angezogen, weil ich dachte, oh, ich muss jetzt seriös wirken und da hab ich ganz anders gesprochen, so, ja, das kennst du das vielleicht, Motivation, eins, zwei, drei, Schritt eins ist so und Schritt zwei ist so, und, ähm, aber ich hab es extra online gelassen, damit wirklich Leute auch sehen, das ist jetzt nichts, dass man sich auch entwickeln kann und dass man auch, ähm, ja, immer mehr und besser werden kann in einer Sache, wenn man sich wirklich mit Leib und Seele dem Ganzen widmet und, ähm, Talent, Talent lässt sich vielleicht irgendwie so anfangen oder starten, ja, aber so Fleiß und Disziplin und, äh, Ehrgeiz lassen dich halt weitergehen, ja, äh, äh, also für den Start ist es immer gut, wenn du, wenn du ein bisschen Talent hast, aber wenn du dann wirklich lange, lange etwas machen willst und, äh, darin auch irgendwie erfolgreich werden willst, dann musst du, dann musst du einfach auch dich hinsetzen und weitermachen und machen und machen und machen und den Glauben nicht verlieren, natürlich auch auf ein gutes, auf gute Menschen setzen, die dich umgeben, äh, Menschen nicht, die dich runterziehen und ständig sagen irgendwie, dass alles schwierig wird, ja. Ja, ich merke gerade, es ist der erste Podcast und irgendwie, ich habe so viel auf dem Herzen und will am liebsten fünf Stunden labern, aber, äh, ich muss irgendwie auch zum Punkt kommen. Wie lange sind wir schon dran? Äh, ist, wie lange läuft das schon hier das Ganze? Nee? Kannst du gar nicht? Ich hab, ich hab gar keinen Plan mehr. Ich weiß gar nicht. Ist auch egal. Einfach laufen lassen, ne? Einfach laufen lassen. Ähm, ja, also Motivation, Videos und so weiter und so fort. Und, ähm, daraus hat sich alles entwickelt im Prinzip, ja. Mittlerweile gibt es irgendwie Hörbücher, Bücher von mir und ich bin auch auf Tour, ähm, auch mit so einer Mischung aus Comedy und aus, äh, Motivation, also auch so was ganz Neues im Prinzip, was wir so ein bisschen auf die Beine gestellt haben. Menschen lachen, Menschen nehmen was mit, Menschen, äh, wir berühren Menschen, äh, inspirieren Menschen, geben ihnen auch ein, zwei, drei Tipps mit auf den, äh, auf den Weg in ihren Alltag oder in ihr Leben, die sie anwenden können, um auch glücklich zu sein. Ja, und alles, was ich mache, also auch dieser Podcast, deswegen auch der Anfang, alles, was ich mache, hat immer das gleiche Ziel. Also, das soll die Menschen einfach glücklicher machen. Also, ich möchte, dass jemand zum Beispiel das Buch liest von mir und am Ende einfach glücklicher ist als vorher. Oder ich möchte, dass jemand das Video sieht irgendwie auf, äh, YouTube oder Facebook und am Ende glücklicher ist oder irgendwie, äh, inspirierter ist als vorher. Ähm, auf der Show genauso. Die Menschen, die rausgehen, die sollen einfach ein bisschen mehr strahlen, innerlich und äußerlich, als, äh, noch zwei Stunden vorher, wo sie reinkommen sind in die Halle. Ähm, das ist eigentlich ein ganz, ganz simples Prinzip, ein ganz, ganz simples Prinzip. Und, ähm, deswegen habe ich Schokolade für die Seele entwickelt. Was heißt entwickelt? Ich habe es einfach gemacht jetzt. So wie jetzt. Also, ich habe es einfach, wir haben einfach losgelegt, ne? Wir haben hier, ähm, das sieht man jetzt nicht, also, das sieht man mal nicht, das hört man jetzt nicht. Wir haben hier so ein, äh, On-Air-Schild stehen. Ich habe hier so ein kleines Board vor mir stehen. Mein, meinen Laptop habe ich hier stehen. Und ich habe hier was zu trinken stehen. Und, ähm, wir haben einfach gesagt, wir, wir legen einfach los. Wir müssen einfach mal loslegen, ja? Weil, ich meine, wann weißt du, ob etwas klappt oder nicht klappt? Indem du es einfach machst. Ne? Lieber, lieber irgendwie, alle wollen irgendwie warten und warten, bis etwas perfekt ist. Aber es ist nie perfekt, ne? Und es geht auch nicht, und das liebe ich auch im Podcast, merke ich jetzt schon, ähm, es ist einfach, es geht nicht um darum, perfekt zu sein, es geht einfach darum, echt zu sein. Also, wirklich echt. So. Also, wenn, wenn wir jetzt uns treffen, dann bin ich genauso. Dann rede ich genauso. Vielleicht ein bisschen mehr Redeanteil für dich, ja? Aber ansonsten ist es ganz genauso. Ich bin manchmal ernst, manchmal will ich dir dein Herz berühren und manchmal will ich einfach, ähm, ja, dich zum Schmunzeln bringen. Ähm, genau, so bin ich einfach, ja? Das ist einfach meine Art und Weise. Und, äh, deswegen finde ich Podcast auch, also dieses Format eigentlich richtig, richtig cool und hoffe auch, dass es diesen Podcast lange geben wird. Vielleicht gibt es auch noch eine, diese eine Folge und so und, äh, ich mache hier so eine lange Rede, aber ich glaube nicht. Nee, nee. Du weißt ja, das Warum ist groß und, ähm, deswegen denke ich auch, dass es das immer, dass wir jetzt, äh, einen schönen Start haben werden in, in diese Podcast-Welt. Wie gesagt, also hier steht auch ein bisschen was zu trinken, äh, Wasser und Möhrensaft. Ich trinke mal ein bisschen Wasser kurz. Und Möhrensaft, ja. Ich bin so Möhrensaft-Freak. Also, wie gesagt, ich bin ein bisschen stärker pigmentiert und, ähm, aber manchmal habe ich so helle Stellen unter dem Auge. Ja, also, jetzt nicht so Pigmentflecken, aber als Kind hatte ich da Pigmentflecken nämlich. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen noch irgendwie eine Auswirkung davon. Also, ich hatte wirklich weiße Stellen unter dem Auge damals. Und, ähm, seitdem ich Möhrensaft trinke, werden diese Stellen von innen quasi, äh, nicht orange, einfach, äh, es gibt so eine schöne Hautfarbe. Ja, also diese, diese Pigment-Dinger da, diese hellen Stellen, die verschwinden. Also, ich bin um die Augen herum immer so ein bisschen heller. Und, ähm, dieser Möhrensaft, der hat mir den trinke ich seit einem halben Jahr ungefähr. Also, nicht den gleichen, der wäre ja schon schlecht geworden, aber so jeden Tag einen neuen. Und, ähm, also ich mag den mittlerweile auch gerne. Am Anfang war das nicht so. Aber er hilft mir auch wirklich, eine wunderschöne, gesunde Hautfarbe zu kriegen. Und jeder Podcast-Gast, und da sind wir schon bei dem Konzept von diesem Podcast, wollen wir mal zum Konzept kommen. Ähm, jeder, der hier mir gegenüber sitzen wird bei dem Podcast, der wird auch den Möhrensaft kriegen und mit mir trinken müssen. Und ich bin mal gespannt, wer den so mag und wer nicht mag. Und was wir so aus den Menschen rauskitzeln können. Aber auch bei den Menschen, die ich einladen werde hier, zu Schokolade für die Seele. Bei den Menschen geht es mir auch darum, irgendwie, also es werden ganz, ganz verschiedene Leute sein, ja. Ich denke mal, dass es vielleicht, vielleicht sind es Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, vielleicht sind es Leute, die, äh, einfach Leute wie du und ich. Ähm, ja, vielleicht ist es, ist es die Hebamme, vielleicht die Kindergärtnerin, vielleicht die alleinerziehende Mama, vielleicht der Feuerwehrmann, vielleicht, äh, ist es ein Sänger, vielleicht ein Sportler. Wer auch immer. Also ich bin gar nicht sicher, wer da alles eingeladen wird. Auf jeden Fall werden, werde ich mal mir ein paar Gedanken machen. Aber eine Sache ist klar, ich möchte mit den Leuten irgendwie nicht, äh, äh, oberflächlich reden. Ich möchte wissen, so was bewegt diese Menschen? Ähm, was bewegt den Feuerwehrmann, ins Feuer zu laufen? Wie kann er so viel Kraft und Mut und Liebe entwickeln für ein Menschenleben? Oder um das Menschen, dieses Menschenleben zu retten, wobei er diesen Menschen noch gar nicht kennt? Wie ist es für eine Hebamme, das erste Mal dieses Leben quasi zu kreieren? Und wie denkt sie über das, über Leben und Tod? Und, äh, auch bei den, auch bei den Leuten vielleicht, die in der Öffentlichkeit stehen? Wie, wie kommen diese Menschen klar irgendwie auf, ähm, ja, auf, auf Druck von außen? Oder wie machen sie immer weiter selbstbewusst im Prinzip? Und, ähm, auch da möchte ich halt also rausfinden, was macht diese Menschen aus? Was hat diese Menschen bewegt? Was ist deren Warum? Und auch da sollst du, soll für dich im Prinzip hängen bleiben, so, äh, okay, was, was kann ich daraus mitnehmen für mein Leben? Also, wie kann ich sozusagen die Erfahrung von diesen Menschen nehmen und in meinem Leben anwenden, in meinem Alltag anwenden und auch da halt dadurch ein bisschen stärker, erfolgreicher, mutiger werden? Das ist das grobe Konzept erstmal, ne, von Schokolade für die Seele. Ja, Möhrensaft haben wir auch abgehakt, das Thema. Und, äh, jetzt weißt du, warum er so heißt, dieser Podcast? Und, äh, On Air, fand ich voll geil, haben wir, haben wir letztens bestellt. Da war ich, äh, mit David in, ähm, in Spanien, ne, waren wir da, ne? Genau. Und da habe ich überlegt, da kamen wir nämlich auf den, auf den Namen für den Podcast. Da haben wir gesagt, ja, ja, Schokolade für die Seele, voll geil, ja, passt, Hammer. Ähm, und dann wollten wir so ein Logo bestellen, was jetzt hinter mir eigentlich, äh, sein sollte. Aber die Zeit war zu knapp dafür, oder es dauerte halt ein bisschen, noch ein paar Wochen. Ähm, und dann haben wir gedacht, okay, dann müssen wir jetzt irgendwie was anderes da hinstellen. Und dann haben wir gedacht, okay, On Air passt ganz gut, ne? So, On Air, ja. Deswegen steht On Air jetzt hier. Ähm. Und dieses Board haben wir auch dann bestellt. Dieses Board ist geil, weil ich wollte immer schon, ich war so ein großer Fan damals von, von Stefan Raab und, äh, TV Total. Und Stefan Raab hat ja auch immer hier diese, diese Knöpfe gehabt, ne? Und, äh, die haben wir auch jetzt, die habe ich auch jetzt hier. Geil, endlich! Ein Traum wird wahr. Ich habe hier Knöpfe und da kommen bestimmte Sounds. Ich weiß gar nicht, was da kommt alles hier so. Äh, das sind auch noch nicht die finalen Sounds, aber die werden wir auch mal nutzen, ne? In, in den richtigen Folgen von Schokolade für die Seele. Hier ist zum Beispiel... Okay, das kann man gut nach einem misslungenen Witz machen. Applaus! Okay. Geil. Also bei geilen Statements, da wird richtig Applaus kommen. Was ist das denn? Ist das Horrorsound? Achso, Horrorsound. Ja. Gucken wir mal, ne? Äh, wollen wir den mal bringen? Und was ist das, wenn man... Was macht man denn das? Echt? Wenn man einen unlustigen Witz macht? Ah, okay. Ja. Dann musst du das ja bei mir öfter mal machen. Und... Ah, und Lachen haben wir auch noch. Geil. Oh, ja, 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 aber ausgeprägtes Lachen. Eieieiei, dann wieder Spaß. Geil. Die Lachen haben wir ganz schön lang, ne? Die lachen ganz schön lang, ja. Ähm, ich habe früher auch mal diese ganzen Serien geschaut. Mit den eingespielten Lachern. Also ich war ja immer ein riesen Fan von, äh, von, äh, Prinz von Bel-Air. Von Will Smith. Und, äh, geil. Der war auch die ganze Zeit hier. Die Kollegen. Aber irgendwie anders. Aber egal, es steckt an. Lachen steckt an auf jeden Fall. Social proof. Hm. So. Ja, jetzt hat mich zu Ende gelacht. Sehr geil. Ja, ansonsten, also wie gesagt, ich habe jetzt hier vor mir gerade so ein Skript liegen, wie die erste Folge von, äh, Schokolade für die Seele. Äh, ablaufen wird. Ich weiß nicht, ob es klappen wird. Keine Ahnung. Ich will auch gar nicht, wie gesagt, mich so fest an so einem, äh, an so einem Skript halten. Oder so. Ähm, es wird so verschiedene Formate geben. Die ich jetzt aber gar nicht, äh, großartig thematisieren möchte, ne? Also es wird eigentlich, äh, jedes Mal ein anderes Thema geben. Im Prinzip geht es um, äh, es geht um Liebe. Es geht um Beziehungen. Es geht um die Fähigkeit, loslassen zu können. Oder loszulassen. Äh, es geht um Mut. Es geht um Angst. Ähm, es geht um Liebe, um Selbstliebe. Um, äh, Zweifel überwinden. Das sind einfach so Themen, so, die ich, die ich ansprechen werde. Ähm, weil ich einfach denke, dass genau das ausschlaggebend ist, ja? Für ein, für ein glückliches Leben. Und wir alle sind ständig am Lernen, ja? Also es ist ein lebenslanges Lernen. Äh, und wir können von jedem Menschen lernen. Und ich möchte auch hier, wie gesagt, ähm, das Thema der ersten Sendung zum Beispiel wird sein, Liebe und Beziehung. Und, ähm, ich bin halt auch jetzt nicht der Typ, so der, der sagen würde, boah, ich bin jetzt hier der beste Typ, äh, in Sachen Liebe und Beziehung. Ich rede einfach, äh, von Erfahrungen von mir. Ich rede von Erfahrungen von anderen Menschen. Und, ähm, möchte einfach, dass, dass du ein, zwei, drei Sachen mitnimmst, die dir ein bisschen Spaß machen, die dir Freude machen und vielleicht dir helfen werden, äh, mehr Liebe zu empfinden für dich selbst oder bessere Beziehungen zu haben zu anderen Menschen. Ähm, das wird richtig gut. Das wird geil. Ich will auch anrufen. Ah, ich will auch anrufen. Ja, ja, ich will auch anrufen. Also ich kann quasi hier mit diesem Board, was vor mir liegt, äh, Leute anrufen. Also ich kann dir so ein Handy anschließen, dann hören wir diesen Menschen. Ich hoffe, das klappt alles so, ne? So, äh, wir sind da sehr, sehr optimistisch. Ähm, und da werde ich hier so ein paar Anrufe machen. Was genau für Anrufe und warum ich wen und wie anrufe? Das gibt's dann beim nächsten Mal. Das wird sehr, sehr, ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Hater-Kommentare vorlesen. Das wollte ich auch schon immer mal. Hater-Kommentare vorlesen. Ja, glauben ja auch viele nicht jetzt so, dass ich so viele Hater hab, aber ich kriege jeden Tag auch regelmäßig, äh, interessante Nachrichten von Menschen, die mich nicht so mögen. Ähm, aber es gibt so einen schönen Spruch, ne? So, äh, viele Menschen werden dich nicht mögen, aber das hat nichts mit dir zu tun. Und das ist wirklich so. Ja, also ein Problem ist immer dort, wo es entsteht. Und ich finde ja auch wirklich diese ganzen Leute, diese, äh, die Hater, wenn man sie so nennen möchte, die, äh, die finde ich spannend. Also ich finde auch interessant, was die Leute mir schreiben. Damals war das ja immer so, ähm, da hab ich also auch, da war es so ein bisschen ausgeprägt dann noch mit dieser, mit den hellen Stellen unter den Augen, ne, David? Oder? Ich fand schon, in den Videos hat man es auch mehr gesehen, irgendwie so. Sieht man, ne? Sieht man hier auch noch, ne? Ja, ja. Ach, gleichmäßiger, ne? Ja, ja. Ja, ja. Früher war das anders. Also die ersten Videos, vielleicht habt ihr mal irgendwann die Chance und guckt euch mal die alten Videos an. Alt heißt von vor zwei Jahren oder so. Ähm, da waren immer diese Stellen um das Auge herum immer noch heller noch. Ähm, und da haben immer Leute geschrieben, das waren immer so ganz witzige Hater-Kommentare, äh, dass ich mit der Skibrille ins Solarium gehe, ne? Ey, Junge, hör auf ins Solarium zu gehen mit Skibrille. Da haben die sogar so Leute mit Skibrille immer als Bild gepostet in die Kommentare, ne? Weißt du noch? Ey. Ich hab's erstmal gar nicht gerafft. Ich so, ey, was für eine Skibrille. Und dann dachte ich mir, ach krass, eine Skibrille, weil dann wird es heller um die Augen herum, wenn man ins Solarium geht. Und voll, voll viele Menschen, das fand ich auch krass, dachten ja, ich bin einfach Solarium gebräunt, ne? Ey, das muss, das muss man sich auch vorstellen, ne? Also ich bin ja jetzt nicht ein bisschen braun, ne? Ich bin ja schon, also schon so Dark-Chocolate-mäßig, ne, unterwegs. Und, ähm, es haben echt voll viele Menschen irgendwie so geschrieben in die Kommentare, so, ja, äh, boah, Junge, hör mal auf ins Solarium zu gehen. Ähm. Ähm, also, da war echt, also, also, das waren auch so witzigen, witzigen Hater-Kommentare, ne? Gibt natürlich auch so die Klassiker, die, die sich mehr so gegen meine Mutter gerichtet haben oder richten. Und, ähm, ja. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin immer so ein, eigentlich bin ich ein friedlicher Typ, ne? Ich bin echt ein friedlicher Typ. Und, äh, ich möchte hier einfach witzig kommentieren, weil wir sind alles Projektionsfläche, ne? Auch jeder, der es gerade hört hier, äh, jeder von uns ist eine Projektionsfläche. Das heißt, alles, was uns entgegengebracht wird an, ähm, an negativen Emotionen oder an negativen Gefühlen, richten sich ja immer gegen einen selbst, ja? Also, wenn ich irgendwie schlecht drauf bin und ich sehe dich lachen, dann denke ich mir so, äh, grinst nicht so doof. Ähm, wenn ich aber gut drauf bin und ich sehe dich lachen, dann denke ich mir so, hey, cool, der ist gut drauf, ich auch. Das heißt also, alles, was wir irgendwie an anderen Menschen oder in anderen Menschen sehen, ist das, was wir fühlen, ja? Und deswegen hoffe ich auch, ich hoffe auch wirklich, dass, äh, diesen Podcast oder dieser Podcast nicht nur Leute erreicht, die schon von Grund auf oder schon sehr, sehr glücklich sind, sondern auch gerade diese Menschen erreicht, die so in der Entwicklung sind, also glücklicher werden wollen oder die gemerkt haben, ey, so wie es gerade ist, ist nicht gut, ich will es ein bisschen verändern oder dass es auch Menschen erreicht, die, ähm, vielleicht auch, die mich gar nicht so mögen. Oh, das wäre krass. Boah, das wäre krass. Vielleicht, vielleicht, vielleicht werde ich auch die erreichen, die damals so diese Skibrillen gepostet haben in die Kommentare. Ich würde mich freuen, ich würde mich wirklich freuen, weil, äh, ich glaube einfach, und das ist ja auch eigentlich ein bisschen egoistisch, der Gedanke, ne? Aber ich denke, wenn ich, ähm, wenn ich Menschen mit dem Podcast hier glücklich machen kann oder wenn wir das machen können, dann, ähm, dann werde ich auch selbst ein Stückchen glücklicher, ja? Weil ich glaube, jede Aktion, die, äh, irgendwie anfängt von einem, äh, kehrt irgendwie zurück. Also, wenn, 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 dass jetzt jemand hört oder sieht und, äh, dadurch ein bisschen glücklicher wird, dann wird er vielleicht die Menschen um sich, nicht vielleicht, dann wird er auf jeden Fall die Menschen um sich herum glücklicher machen und die Menschen werden wieder Menschen glücklicher machen um sich herum und immer so weiter, immer so weiter und vielleicht kommt das zurück zu mir und wenn nicht, ist auch egal, aber auf jeden Fall weiß ich, dass die Welt ein Stückchen schöner wird. Und das haben meine Eltern ja auch gesagt damals, ne? Also, äh, verlass die Welt ein Stückchen schöner, als du sie vorgefunden hast. Ähm, das ist übrigens nicht von meinen Eltern, das Zitat, ne? Weil das habe ich letztes Mal gelesen, weil das war auch, dieser Satz ist auch in meinem, ähm, in meinem Buch, äh, im Vorwort, glaube ich, ähm, verankert und hat einer auf Amazon so geschrieben, als Rezension, so ein Stern, der sagt, das Zitat, das ist aber nicht von seinen Eltern. Das ist von, äh, von wem ist das? Weiß man nicht, ne? Weiß man, ja, von dem, äh, ja. Und ich meine, natürlich ist es nicht von meinen Eltern. Meine Eltern haben es einfach irgendwo gelesen, haben es mir einfach gesagt. Und, ähm, aber sie haben ja trotzdem recht. Das ist ja auch nicht schlimm, ne? Wenn es nicht von denen ist. Und die haben auf jeden Fall gesagt, Björn, verlass die Welt ein Stückchen schöner, als du sie vorgefunden hast. Aber natürlich mit indischem Akzent, ne? Die haben natürlich, Björn, verlass die Welt ein bisschen schöner, als du sie vorgefunden hast. Und, ähm, das hoffe ich, dass ich denke, und ich bin mir sehr sicher, dass das auch vielleicht dazu beitragen wird, dass wir mehr Menschen glücklich machen, dass wir, äh, ein bisschen mehr Liebe geben. Und ich glaube, da hat man schon sehr, sehr gut verstanden, was hier auf euch zukommen wird. Bei Schokolade für die Seele, oder? Also, David, wenn du jetzt nicht wüsstest, was, was abgeht hier, ne? Hättest du das jetzt verstanden? Schon, ne? Ja, ja. Ich glaube auch. Und ich hoffe, die, die mich nicht kannten, kennen mich auch jetzt ein bisschen besser. Und, äh, ah ja, in den Podcast-Folgen, in denen ich auch alleine sein werde, äh, teilweise, habe ich auch noch hier so ein schönes Kartenspiel. Ähm, das hat mir damals Yusuf geschenkt, dieses Kartenspiel. Yusuf war unser erster, erster Praktikant, ne? Und, äh, der hat, äh, mir damals dieses Buch, äh, dieses Kartenspiel geschenkt. Das heißt, More Than One Story. Und da sind so lustige Fragen drauf. Und, äh, ey, ich kann einfach mal eine machen, oder? Eine Karte jetzt mal so. Why not? Hier, ich misch mal kurz. Ja, als Kind konnte ich gar nicht mischen. Konntest du mischen als Kind? Ne? Ey, das war wirklich, ich hab Leute gesehen. Also, die Inder, die spielen ja sehr, sehr gerne Karten auch, ne? Und, äh, trinken dabei Whisky und so weiter. Und, ähm, und meine Eltern und so, da hab ich mal gesehen, wie die Karten, wie die so die Karten mischen. Und war ich mal sehr, sehr begeistert davon. Ich konnte das nie. Ich konnte das nie, 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 ey. Aber ich bin auch sehr, sehr ungeschickt. Das ist hier nur die Erklärung. Okay. So. Jetzt, äh, die, die das nur hören, den Podcast, die müssen mir einfach jetzt vertrauen. Und glauben, dass ich grad die Karten gemischt habe. Und jetzt zieh ich mal so eine Karte. Dann weiß man auch, was es mit diesem Kartenspiel auf sich hat. So. More Than One Story heißt das Spiel. Und, ähm, bumm. Jetzt hab ich den Rest der Karten auf den Tisch gehauen. Und ich drehe mal die Karte um und da steht, ähm, erzähle von einer Arbeit, die du hattest oder gerne haben würdest. Ja. Okay. Ja, eine Arbeit, die ich hatte, äh, hab ich ja schon gemacht im Endeffekt, ne. Da war ich nicht so happy. Ähm. Vor allem die Arbeiten, die ich so während des Studiums hatte. Aber wie gesagt, ey, manchmal, es ist ja so, mein Lieblingsspruch im Leben ist ja, manchmal gewinnst du und manchmal lernst du. Und ich hab zwar diese Arbeiten nicht gemocht, aber ich hab viel gelernt, ja. Ich hab gelernt, was ich nicht wollte. Ich hab gelernt, äh, wo ich nicht sein möchte. Ich hab gelernt, was ich nicht tun will. Ich hab gelernt, dass ich nicht meine Zeit verschwenden möchte. Ich hab gelernt, dass ich nicht morgens mich schon auf die Mittagspause freuen will. Und in der Mittagspause mich auf den Feierabend freuen will. Und am Feierabend auf das Wochenende freuen will. Am Wochenende mich auf den Urlaub freuen will. Im Urlaub auf den... Ne. Ich hab einfach gedacht, okay, ich möchte lieber das jetzt genießen. So. Und eine Arbeit, die ich gerne haben würde, ähm, ich wäre gerne, ähm, erfolgreicher Podcaster. Das wäre eine schöne Arbeit. Ähm, ja. Und deswegen haben wir angefangen. Ja, einfach angefangen, einfach machen. Ja, weil schon Goethe hat ja gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben. T, U und N. Äh, und, äh, Nut, äh, ne, Tun, genau. Genau. Und das ist ja das Geheimnis. Tun. Einfach tun. Weil ich glaube, also viele fragen mich auch immer so, ja, wie machst du das und wie hast du das gemacht und warum machst du jetzt auf der Bühne das Programm? Keine Ahnung. Weil ich bin einfach, äh, ich bin jemand, der einfach gerne tut. Und das ist einfach so, ich muss einfach machen. Ich kann nicht lange irgendwie drüber nachdenken. Ich muss gucken, wie es sich anfühlt und, ähm, ob es was für mich ist. Und ich muss einfach machen. Einfach tun. Einfach machen. Nicht warten, bis der perfekte Moment kommt, weil dieser, der perfekte Moment kommt für die meisten Sachen gar nicht. Sondern man muss einfach sagen, so, ich nehme jetzt mir diesen Moment und mache ihn einfach perfekt. So. Und das habe ich auch heute gemacht mit diesem Podcast. Ähm. Einfach gemacht. Einfach, einfach gemacht. Und das ist super schön. Das war Hammer. Hat sich richtig gut angefühlt. Ähm. Ich hoffe auch für dich. Ja. Ah, nein. Ah. Ja. Ich wollte den anderen machen. Oh, 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 oh. Das war hier so ein, es gibt ja so freudsche Versprecher. Ja, wo man das sagt, was man eigentlich denkt. Und das war jetzt auch so ein freudscher Verdrücker im Prinzip, ne? Hab ich hier auf das falsche Ding hier. Okay, die Sounds werde ich nochmal überdenken jetzt, ne? Ob das die richtigen Sounds sind und wann ich die einsetzen werde. Ich bin auch sehr, sehr gespannt selber, äh, wer uns besuchen wird. Und, ähm, es wird geil. Es wird richtig geil. Schokolade für die Seele. Das war der erste Podcast. Ich danke dir sehr, 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 dass du dir die Zeit genommen hast. Das Wertvollste, was du hast. Und, äh, diese Zeit genommen hast, investiert hast in uns, äh, in mich, in dich. Und ich hoffe, dass du auch schon so ein, zwei Sachen mitnehmen konntest. Äh, ein bisschen was erfahren hast über mich. Ein bisschen was erfahren hast über den Podcast, der jetzt, äh, losgeht. Und, ähm, wie ich, ich freu mich schon mega auf die nächsten, auf die nächsten Folgen, auf die nächsten Sendungen. Ähm, und jetzt bin ich quasi wieder an dem, bei dem Problem, was ich am Anfang hatte. Ich wusste ja nicht, wie man so einen Podcast anfängt, weil ich noch nie einen gemacht hab. Und ich weiß auch nicht, wie man einen Podcast beendet. So, wenn man da Professional wird, da hat man bestimmt irgendwie so ein, so eine Routine, so ein Ritual am Ende. So, ja, 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 oder so einen Spruch. Bleib schokoladig. Und schön schokoladig bleiben. Nee, das ist auch nicht richtig. Hast du so eine Idee, wie man sowas beendet, David? Das ist immer so ein komisches Ende, ne? So, wie, was sagt man? Bis zum nächsten Mal? Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Bis zur nächsten Folge. Ah, bis zur nächsten Folge, genau. Also, ganz simpel eigentlich, ne? Also, bis zur nächsten Folge von Schokolade für die Seele. Ich freu mich, das wird eine geile Reise, die uns beide glücklich macht. Denkt dran, wir werden niemals ankommen. Niemals, es gibt niemals diesen Ort, der Glück heißt, wo wir ankommen werden und glücklich sind. Wir können einfach nur diese Reise gehen, diesen Weg gehen. Ich freu mich, dass wir gemeinsam gehen. Einige Meter zumindest gemeinsam gehen. Und wir können uns nur in den Weg verlieben. Und das war ein geiles Schlusswort. Da war geil, ey. Wo kam der wieder hergezauert? Aus dem Ärmel, du. Also, bis zur nächsten Folge. Ich freu mich schon auf dich. Danke dir und bis bald. Ciao, ciao.